Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 4 über 4 Ranked Game. Habe mich für Human entschieden und wir spielen auf der Map Feralas. Ja mal sehen, ist ja eher eine Rush Map. Ich glaube, ich gehe hier mal auf Mass Rifleman. Deswegen auch zuerst das Sägewerk, um den ganzen Hülsproblemen aus dem Weg zu gehen. Dann fix die Echse freimachen. Ja und später entscheiden. Entweder Caster, Mortar-Teams oder Anti-Air. Je nachdem auf was die Gegner gehen. Als Human kann man da ja immer wunderbar variieren. Jetzt erstmal den Altar. Ich überlege, ob ich trotzdem den Archmage zuerst spiele oder den Paladin. Aber ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, wie viele Andead im Gegnerteam sind. Also ich glaube, ich spiele den Archmage first. Mit dem lässt es sich einfach besser creepen. Und die Aura ist halt auch grandios. Gerade im 4 vs. 4. Also schauen wir mal. So, den nächsten Hof. Jetzt erstmal einige Arbeiter ins Holz schicken. Jetzt brauche ich halt dringend eine Menge Holz. Deswegen auch gleich den erweiterten Holzabbau erforschen. Muss gleich die Schmiede bauen. Und auch die Rifleman kosten dann auch Holz. So, wie gesagt, Archmage first. Und erstmal wenigstens ein paar Foodies. Ja, vielleicht belasse ich es auch erstmal bei Foodies. Ansonsten, das kostet alles zu viel Holz jetzt am Anfang. Ich werde später dann auf Rifleman switchen. Sonst hätte ich hier anders bauen müssen. In Hof weniger. Den Turm erstmal nicht. Und so weiter und so fort. Gehen wir schön mit Archmage und Foodies creepen. Es ist mehr Gold erforderlich. Hier, ich bin natürlich mit Militia. Ich habe die jetzt schon mal ins Team gezogen, da ich die gleich für die Mine brauche. Als erstes hier den Bill Priest. Hier, der creepen ziemlich schnell. So, ich bin gleich mal fix hingelaufen. Weil ich doch ein bisschen Angst immer habe, dass ein Play da um die Ecke kommt. So, gleich das nächste Water Element. Und jetzt geht es direkt runter zur Echse. Nicht zu lange warten. Das Holz reicht. Nehmen wir auch die verstärkten Mauern gleich mit. Und go. Den vielen Militia hier überhaupt kein Problem. Das geht auch richtig zackig. Ich habe hier zwar alle so ein bisschen Gift schaden, aber da gibt es Schlimmeres. Ich kann hier nicht bauen. So, komm. Gleich die Echse aussetzen. Keine Zeit verschwenden hier. Und natürlich auch ein paar Tower hin. Baue ich ein bisschen weiter nach vorne. Dann baue ich auch noch einen Hof vor. So. Okay. Jetzt können wir den nächsten grünen Creep hier nehmen. Item ist nicht gerade das tollste. Vor allem für eine Art Mage. Strahle ist man des Ausweichens. Das ist was, was man eher nicht so braucht. Reicht im Moment nicht für ein Urteilement das Mana. Jetzt. Da bin der Tag. Rächter Schutzzauber. Den nehmen wir gerne. Jetzt erstmal zurück in die Base. Bisschen Heilung holen. Und jetzt auch die Schmiede. Und dann baue ich auch noch eine zweite und eine dritte Kaserne. Und gehe dann auf Mass Rifleman. Wirklich. Okay. So, läuft alles, wie es laufen soll. Den Tower baue ich auch nochmal aus. Nun macht schon. So, schon mal ein Wort. Element spawnen. Brauche ich gleich das nächste. Nur hier mit zwei Footies und dem Arc Mage lässt es sich halt doch nicht so doll creepen. Was ist es diesmal? In Ordnung. Perfekt. Was ist denn da jetzt? Was ist denn da jetzt? Was ist denn da? Hälfte werden angegriffen. Oh mein Gott ist gut drauf. Da bin ich ja mal gespart. Ausbau, aber was auch immer. Oh mein Gott ist gut drauf. Der Windschweiz hat mich ja mal gespart. So. Gehen wir hier wieder zurück. Ich schätze, der hat im Launen Erfahrung geglaubt. Dass er deswegen sauer ist. So, ich muss jetzt kein Water Lemon spawnen. Okay. Es sind einige Rifleman unterwegs. Ausbau abgeschlossen. Mein Tag ist auch schon durch. Wieder hin erweitert. Neuzer Bau. Ganz klar. Und. Okay. Hier ist schon gecreept. Gehen wir mal zur Echse gucken. Was ist das diesmal? Und King als Segment Hero. Okay. Hat er noch nicht frei gemacht. Da bin ich ja mal gespannt. Allerdings. Da bin ich ja wieder das mal gewesen. Ausbau abgeschlossen. Die Stadt unseres Verbindeten wird belagert. So. Und. Boah. Da viele Tauer. Ne. Komm Junge. Macht keinen Sinn. Weg da. Brauchst ja nicht gegen drei oder vier Tauer zu kämpfen. Das kriegen wir nicht klein. Jedenfalls noch nicht. Es ist mehr Holz erforderlich. Jetzt reicht das Holz. Dann gehen wir nicht mehr. Dann gehen wir nicht mehr. Was ist das nicht wahr? Was ist aus dem Blatt hier? Boah. Wir haben schon dritten. Wir haben schon gegriffen. Wir müssen schon zurückziehen. Ok, mein ArcMage ist bereits Stufe 4, das ist nicht schlecht. Wir haben gesehen, er geht auf Gryphon, dann gehe ich gleich noch auf Gyrokopter. Da bin ich ja mal gespannt. Die Riflemen sind ja schon eine gute Anti-R-Einheit, aber dazu noch ein paar gute Kopter, wie läuft das? Wir müssen erstmal auch wissen, dass die Tower nicht hochkommt. Da ist der Bloodmage down gegangen. Ok, wow, 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 was ist da? Ach du Scheiße, was ist groß? Wir müssen raus. Das ist eindeutig zu viel. Arbeit, ich kann hier nicht bauen. Bereit zur Arbeit. Nun macht schon. Da bin ich ja mal gespannt. Unsere Streitkräfte werden an den Hüften. Ihr braucht meine Hilfe. Was ist das diesmal? Bereit zur Arbeit. So, wie schon gesagt, ich gehe jetzt auf Gyrokopter. Gerade ihr habt es gesehen, die spielen nur Mass Air. Wir brauchen auf jeden Fall einen Gyrokopter. Also nicht rein, sondern mehrere. So traurig, ich nehme schon einen schönen tanken. Gut, jetzt gehen wir gleich erstmal eine Runde shoppen. Die Stadt unseres Verbündeten wird belagert. So, und erstmal einen Gyrokopterpumpen wie ein großer. Forschung abgeschlossen. Was ist das diesmal? Wir haben einen Stabmet und Feuerkugel. Aber es ist nun mein Stab unseres Verbündeten wird belagert. Ach du Scheiße. Die schaffe ich noch nicht. Kann ich so noch nicht hingehen. Brauche ich auf jeden Fall mehr Gyrokopter. Einige mehr. So, auch ein paar Upgrades raushauen. Vielleicht ein paar weitere Hilfe. Wir sind gestabt! Mit der Produktion noch keinen Fall in Stocken gerät. Geh nochmal gucken. Hier, Angriff ist ja bekanntlich die beste Verteidigung. Ja, er hat keinen Antier. Ich werde gleich runter gehen, aber ich brauche mehr Antier. Das reicht nicht. Ach du Scheiße. Er geht auch auf Gryphon. Wir sind gestartet. Wir sind gestartet. Zu sehr eingetraut. Gehen wir da mal mit rüber. Lass mich der Gefahr trotz. Paladin ist da. Da bin ich ja mal gespannt. Im Notfall muss ich da gleich runter, aber... Uh. Unser Mate hat sehr wenig. Wir sind gestartet. Ich muss das Upgrade nehmen. Hier ist gerade in der Base und heilt sich. Er hilft nichts. Oh Mann. Da muss ich ja nicht. Wenn er weiterhelflos kommt. Vielleicht geht was. Wir suchen den Demon Hunter zu fokussen. Das ist glaube ich die einzige Chance. Noch ein Bolt rein. Und... Reicht. Alles klar, das war jetzt doch top. Ich weiß nicht, wo es kommen. Aber der hat auch mal abgeräumtet. Boah. Okay, jetzt rückschlagen können wir. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Da bin ich ja mal gespannt. Wir trennen, wir starten. Mit mir was zu tun. Wir haben den Lapp von Paula. Über die Rüstung. Auf jeden Fall. Er kommt da immer noch richtig stark in eine große Anzahl. Da fahrt ich einfach viel zu weniger. Aber wir konnten uns rückschlagen. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Da bin ich ja mal gespannt. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Jetzt brauche ich ein neues TP. Ihr braucht meine Hilfe. Und dann pumpe ich Tanks wie ein großer. Was auch immer. Perfekt. Tanks gegen ganz viel eher einfach spitze. Was ist es diesmal? Gegen wenig Luft-Einheiten sind die halt... Ja, nicht von Nöten. Aber sobald das auch richtig viel wird. Ihr braucht meine Hilfe. Da sind die Tanks einfach genial. Rolle der Heilung. Rolle des Schutzes. Das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Bis da die ersten Tanks angeholt kommen. Aber drüben meine Mates hier schlagen sich glaube ich auch nicht schlecht. Das ist nicht abgeschlossen. Hier bleiben wir mal auf das... Hauptgebäude hier. Also auf die Echse. Mal gucken. Ich hab die Bomben extra noch nicht erforscht. Kommt da nicht rum. Die Idee kommt. Ohne Einheiten anzuhalten. Sondern immer erst... Luft-Einheiten. Verstehe ich auch nicht. Da müsste es auch eine Kombination geben. Wie bei den Gargoyles. Da könnte man hier einschalten. Dass die zuerst mit deinen Eitner angreifen. Wieso kommt hier ein erst weiterer T-Exe. Es gibt jetzt auch Talons. Ist auch nicht verkehrt. Ahja. Ihr braucht meine Hilfe. Ok komm. Dann schauen wir mal. Ich hab die Tanks angeholt. Die brauchen ziemlich lange in der Produktion. Aber der erste ist ja auch schon da. Was ist das diesmal? Was ist da los? Pahatschattung. Die lassen wir nicht. Können da nicht so viele Schadenhandel geben. Da sind wir hier schon besser dran. Weil mit dem Tank halt. Am nächsten kommen auch schon einen Rollt. Also, der nicht so viele Schaden. Der ist nicht so viele Schaden. Der ist ein Armehabe. Der ist nicht so. Der ist nicht so. Oh mein MK Was? 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 Oh ho ho Ah, keine S Hertz Um zu streiten Unsere Sticken Abmacht Jetzt muss ich dringend raus Aber ich glaube die Einheiten haben wir dort getroffen Oh, aber knappig. Bist du verrückt? Okay, der ist aber schon mal rausgegangen. Das ist viel wert. Schicke ich die Tanks. Haben sich beide ein bisschen eingetraut. Schicken wir sie da hoch. Paladin nachbauen? Richtig krass, Fights hier. Dadurch auch Stufe 7 bekommen. Den schicken wir noch mal da hoch. Dann lassen wir auch weitere Tanks rollen. Oh. Ah, war nur. Potem, Stufe 2. Nicht ganz so schlimm. Mal sehen, ob meine Tanks da ein bisschen was anrichten können. Porte mal hin. Auf den angeschlagenen Tank, dass der nicht so weit vorne ist. Jetzt mal gucken, was hier geht. Ah, der Feuerwehr ist wieder schön ein bisschen eingeladen. Da kommt ein Masked Rider. Jetzt muss ich aber auch stiften gehen, ey. Das ist verrückt. Ah, damn it. Richtig, damn it. Verdammt. Streitkräfte werden angegriffen. Ei. Hast du im Weg? Der Mountain King kriegen sie auch noch. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Das ist jetzt weniger schön. Gibt mir was zu tun? Hier, mein Eingang. Ich habe meinen Eingang da oben. Genial. Das war sogar. Ah, die kriege ich so schnell nicht da unten. Ja, aber mein M.K. Er gibt alles. Aber jetzt geht er drauf. Okay. Schade, dass ich keine Boots hatte. Ei, ei, ei. Oh, shit. Oh, nee. Jetzt müssen meine Mates aber irgendwas machen. Das ist gefallen. Mein Arkman-Spruch auch eine ganze Zeit, bis er wieder da ist. Ich kann hier nicht bauen. Ich kann hier schon mal einen neuen Altar bauen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Komm, lass die Tanks hochholen. Müssen sie vielleicht zurückgehen. Was ist? Unsere Goldmine ist eingestürzt. Hauptgoldmine ist leer. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Verdammt. Arbeit ist verbracht. Unsere Stadt wird belagert. Na gut. Das heißt also, dass an der Exe auch nicht mehr viel drin ist. Hier habe ich mir das sehr früh geholt. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Gleich reicht es mir in einem Arkmatch. Es ist mehr Gold erforderlich. Arbeit ist verbracht. Ah, hat er auch ganz gut festgemacht. Okay. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Erste Base haben wir da. Erste Base haben wir da. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, mein Lord. Leute, euer Ami braucht Hilfe. Ja, mein Lord. Okay, gelb greift oben rechts an. Ja, mein Lord. Der hat da platt gemacht. Ja, so geht es auch, ne? Unserer Streitkräfte werden angegriffen. Einfach um die Gegner wegzulocken. Irgendwie Trauer baue ich noch nicht aus. Brauche ich ja vielleicht nicht. Was ist mir das denn mit Grün da handelt? Da soll er mir da weggekommen. So, jetzt muss er weg. Kann ich weiter Gold sammeln. Grün ist rausgegangen. Ah, ja, mein Fang ist so hoch. Unserer Streitkräfte werden angegriffen. Ah, der will nicht weg hier. Hätt's aber auch voll auf mich abgesehen, wa? Okay, sammle ich erstmal hier. So, und ich hole mir seine Hexe. Er ist meine Gold. Hol ich mir seine. Das wird das was. Hexe ist down. Die Stadt unseres Verbündeten wird gelagert. Wir sind gestartet. Wir hält unseres Verbündeten. Jetzt machen wir uns weiter um die Basis. Wir sind gestartet. Oh, ich brauche mehr Würfe leuchten. Letten wir hier in seine Main. Er geht weiter um die Klasse. Was ist los mit dem Jungen? Solche Aggressionen gegen mich. Na gut, ihr braucht meine Hilfe. Oh, volle Granate. Das ist voll auf meine Ackmage los. Na, dann geh ich noch ne Runde stiffen. Ne, jetzt geht da raus. Bist du verrückt. Äh, krasse Runde. Und ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, würde ich mich mal über einen Daumen nach oben. Einen netten Kommentar. Oder wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo. Sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Aram.